Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video auf meinem und MeinKings-Kanal. Wir spielen heute Reloaded. Wie lange dauert das, bis wir hier ein Match finden, Junge? Spielt keiner bei Reloaded? Ey, es sind so wenig Leute, der sucht übelst lange nach Spielern, ne? Wir spielen relativ wenig Reloaded aktuell. Logischerweise, weil ja... Oh nein, Digga, wir spielen gerade diese... Oh Gott, jetzt gibt es hier die anderen Waffen. Scheiße, jetzt gibt es hier die Richtig-Trap-Waffen, so dieses Ranger-Sturmgewehr und diese Ranger-Pump-Gun, Striker-Pump-Gun. Scheiße, hätte ich das gewusst, dann hätte ich kein Reloaded. Jetzt weiß ich, warum das keine Leute mehr spielen, Digga. Wir werden direkt beide am Anfang verrecken, Digga, und dann sind wir direkt wieder in der Lobby, Digga. Das ist irgendwie auch... Oh, Scheiße. Du brauchst noch nicht ausspielen, Digga. Ja, ich bin ein bisschen früh jetzt. Alle gehen auf das Main-Gebäude, Junge. Ach du Scheiße. Hier sind drei Leute mit Kronen gewesen. Du sagst mir, hier ist ein Heal-Ausmaß, Digga. Ja, ich bin schon abgeschossen worden, aber ich habe eine Donner-Show für diese Digga. Aber da respawnen schon die ersten Leute. Der eine ist auf die Tankstelle gegangen. Ja, alles klar, Digga. Ich bin One-Hit. Ich wurde übelst gelasert. Hä? Ja, der vom Dach sprayt richtig runter. Boah, ich habe den One-Hit geschossen, Digga. Ich habe ihn genockt, Digga. Oh mein Gott. Digga, der hat eine Schalli treiben. Von hinten, von hinten, von hinten. Ich habe eine Schalli-Sniper. Wo ist der, wo ist der, der schießt? Wo ist der? Von mir ist einer. Da unten. Hier kommt ein neuer. Ich habe ihn aus der Luft gesnipet. Als ob. Da hinten in der Box, oder? Ich treffe halt absolut gar nichts, ne? Ich brauche hier erst mal die Minis und so. Ich habe keine Munition mehr. Wir haben richtig schlechte Karten gerade. Wir haben nichts. Ich habe nur graue Waffen geführt. Jetzt können wir nicht Minis. Ach so, das sind deine. Hier vorne liegt eine blaue A, ja. Ach Digga, ich bin instant wieder low, Digga. Yo, what the fuck? Die hitten mich, Digga. Ich sehe die nicht mal. Das sind immer noch oben auf dem Haus. Jetzt ist der eine, der pusht mich. Ich habe den 50 mal gehittet. Egal, ich habe den. Jetzt ist er tot. Also noch. Oh, wichtig. Oh, wichtig. Hinter uns, der, der. Auf den Zweig drückt. Deiner fliegt sich ran hier, der ist ein Maze. Schieß weiter, schieß weiter nach dem Hinten, oder? Ich habe eine kleine Munition, oder? Ja, doch, ich habe noch ein paar Schuss. Der, der schielt nämlich vor uns hier, der denkt, wir schießen nach dem Hinten. Jetzt habe ich keine Schüsse mehr. Er ist wohnen, er ist wohnen, Digga. Kill ihn. Und baut zu, baut zu, baut zu hinter dir. Du brauchst nur noch drei Sekunden. Guck mal, der ist ja auch gequittet. Jetzt wird von hinten wieder auf mich geschossen, Digga. Wieso trifft der mich? Ich bin hinter meiner Wand, Digga. Der schießt von der Seite, glaube ich. Seht ihn nicht. Nicht von hinten. Ach, der ist riesig, Digga, dort drin. In dem Fenster. 105 Snipes, Digga. Warte, weißt du, was ich mache? Was machst du denn? Oh, schießt du in das Fenster rein? Oh, er editiert nicht zu, ne? Oh, ist nicht mehr da gewesen. Schade. Ey, das ist viel verschwitzter hier, das Ranked. Das ist krank. Vor uns. Ach, Digga, ich habe auch wieder daneben geschossen. Oh, ich glaube, der hat die Sniper, der Typ. Der ist in den Busch gegangen. Ich habe den aus dem Busch geschossen, weil er nicht gedacht, er wusste nicht, dass ich ihn sehe. Sehr schön. Oh, ich habe eine richtig geile AR gekriegt von ihm. Da hinten, da, da, der ist da drin. Oh, wo, 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 what? Ich, ich wurde komplett weggelasert. Nein. Ich habe gar keine Ahnung, Digga, er hat den Auto pumped. Auf geht's in die Runde. Ich glaube, Paradise ist scheiße zum Landen, weil da kann man nicht looten. Man braucht halt wirklich einen Spot, wo man looten kann und dann angreift. Lass an die Tankstelle gehen. Ja, okay. Das ist halt auch so ein Ort, wo dann die Leute noch hinkommen im Laufe der Zeit, weil, äh, wenn du quasi im Nachbarort gekillt wirst, dann fliegst du meistens irgendwie außerhalb des Ortes dann irgendwann. Ist auch so krass. Letztes Season gab es Pleasant Park in Reloaded auf der anderen Map. Ähm, das ist die zweite Map halt. Da gibt es Pleasant Park, Tilted Towers und, äh, so ein Krams halt. Hier liegt noch eine, 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 eine AK für dich, Janik, wenn du brauchst. Echt toll, jetzt nicht neben. Warte. Ja, perfekt. Hier ist eine normale MP. Hm, was habe ich jetzt gemacht? Also da oben läuft. Ich pushe da den 3, Digga, ist mir egal. Oh, yo, ich werde beschossen. Kannst du den Sandwich mit mir? Ach du Scheiße, Digga, der hat ihm ja gar kein Damage gemacht hier. Ich bin tot, Digga, ich kill mich, ich lass mich killen, Digga. Ich, wie es war, ne 14 Sekunden musst du überleben. Ich warte einfach, bis er hier aus dem Busch kommt, weil der muss irgendwann raus. Schieß doch mit der Pampa mal rein, Digga. Ich würde nicht springen, Digga, weil du dann jedes Mal über Damage kriegst, aber wenn er, wenn er schießt, Digga. Ich fliege jetzt hier oben auf das Haus, Digga, loote hier. Ich muss nachladen, wie lange lebt der die scheiß Pampa nach? Hä? Oh mein Gott. Geben sie mich nicht außerhalb der Zone, Digga. Ich bin aber aus der Zone rausgeflogen. Ich dachte, das wäre in der Zone drin, Digga. Nein, der andere Mate kam. Aber ich habe den, ich habe dem seinen Mate gekillt. Ich bin hier noch am perfekten Spot wieder gelandet. Kurz kann ich alles bekommen, was man braucht. Oh, du bist die Gegner, die mich gerade gekillt haben. Ich ignoriere die einfach mal. Die sind bei mir. Ne, das ist ein anderer, was? Ne, aber ich bin tot, ja. Ich... Kannst du mich hier? Kannst du... Jo, 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 jo. Ich bin hier. Werb doch stehen, du rennst weg von mir, Digga. Nein, Digga, der ist abgehauen. Wohin? Der ist weg. Der eine ist rausgekommen zu dir gerade. Oh, jo, der ist unter mir. Noc. Okay. Digga, was hatte der für Loot, Digga? Halt, ja, krank. Ja, von hinten kommt jetzt der Mate von dem Typen, den wir vor uns gekriegt haben. Der Mate ist auch da. Irgendwo hier. Oben. Sehr schön. Ich mache gar nichts, ich renne nur hinterher und helfe mich zu looten. Ja, die braucht er auch, Digga. Digga, was soll denn das? Wenn ich probiere. Warte nicht so. Warte, was ist das? Ach so, Zweifer. Oh, mein Gott, nein. War nur noch so das Zielvisier, also das, ne? Crack. Zweimal Crack geschossen. Oh. Die wieder vorne haben sich gerade revived. Oh, nein. Ich habe den hier gekillt. Der kommt nicht mehr wieder, ich habe den gefinisht, der ist raus. Sehr gut. Snipe von oben, ghosted auf dich gerade. Gibt er uns auch nochmal? Also hier sind auch in die Richtung sind auch nochmal Steps, aber wahrscheinlich dort vorne. Es sind überall Gegner. Wir sind auch nochmal Mitglieds. Wo wollen wir hin? Na, in die Zone. Oh, Gott. Okay, bleib auf mich. Warte, schießt du von der anderen Seite? Ich habe mir da gespitzt, Halt, du gehauen, Digga. Oh, viel. Die sind raus. Wie viele sind's? Es sind auch übel viele, Alter. Ach, du gleich. Ja, wir haben hier einen guten Spot, Digga. Wir chillen erst mal. Wir sind in der Zone, Digga. Wir haben hier hinten noch Backup-Heal, Digga. Hau mal den Healer am besten mit weiterer Form noch mit, dass der nicht in der Zone liegt. Okay. Hinter uns, Digga. Digga, ich habe gerade übel Kopfschmerzen. Mir dreht's gerade übel im Kopf, Digga. Ich habe das Gefühl, ich gebe gleich Juhu, Alter. Hilfe. Oh, Gott. Digga, ich konnte gerade dreimal meiner Arzt. Scheiße, ja, ja. Ob der mich gewidigt hat, ey? Ach, das war nochmal ein anderes Team, was auf mich geschossen hat. Okay, Achtung. Das war nochmal ein Zweiter, Digga. Bau bitte, bau, bau, bau. Digga, jetzt kommen die von beiden Seiten. Ich müsste mir halt mal ein Medikit geben, Digga. Jetzt schießen die zwei auseinander. Ja, das Medikit sich nicht aufheben, Digga. Ich kann es nicht aufheben. Jetzt, Digga, es bugt gerade so rum, Digga. Ja, die Zone kommt hin. Ich habe nicht mal ein Ding, die Zone kommt hin. Ja, egal, scheiße. Ich bin jetzt das Medikit. Loh, da ist einer. Zwei. Der eine ist crack. Ich habe von woanders nochmal Hitze gekriegt. Scheiße, ich habe meinen Snipe daneben gesucht. Das wäre so wichtig gewesen. Der hat noch eine Sniper. Ja, gut. Aber ach, irgendwo ist dein Mate. Ja, gut, wir haben hier alles, das sind alles unsere Wände. Die können nicht editieren hier. Aber auch fliehen. Dort vorne sind welche. Das ist unser krass. Hier, oh Gott. Achtung, dort unten snipet einer am Strand. Und von der anderen Seite auch noch. Die haben den Lootrop kaputt geschossen, damit sie auf ihn snipen können. Achtung, chill, chill, chill. Gescoped, hardscoped. Ja, Digga, er hat mich gesniped, Digga. Hast du noch, äh, shield? Ja, shield, aber Medikitz habe ich keine. Ja, das stimmt. Gerade wenn man in die Zone musen muss. Achtung, Sniper. Ja, ich weiß, aber du willst ja irgendwie auch nach vorne kommen. Ja, aber er scoped halt gerade. Aber er trifft ja nicht. Ja, Digga, er hat mich gesniped. Oh Gott. Sind doch hier neben uns noch, Leute. Ja. Ja, das sind auch noch welche. Scheiße, Digga, das ist der, den ich hätte von uns eigentlich hätte haben müssen, weil er still stand. Hardscoped hat. Ey, was machen wir gerade? So, wir sind jetzt mitten in der Mitte. Ja. Ich weiß ja nicht, ob das schlau war. Ja, das wird von einer Seite noch nicht geschossen, Digga. Was hast du denn erwartet? Hey, von hinten noch mal, Digga. Oh mein Gott. Von oben, Digga. Hast du noch? Ne, wir haben kein Green Life mehr, ne? Ne, wir haben kein Green Life mehr, ne? Ne, wir haben kein Green Life mehr, ne? Aus dem Scheiß-Medic, äh, aus dem Scheiß-Loojob kam auch kein Green Life raus. Ja, ist auch. Hier oben noch mal zwei und noch ein Solo, Digga. Also ich darf nicht mehr aus der Sonne raus, dann bin ich tot. Die Frage ist, ist es sinnvoll, einfach zu pushen, irgendwie random rein? Ja, die sind hier jetzt über uns, ne? Aber ein Knock. Sehr schön. Der hatte Medikids. Baut auf, baut auf, baut auf, baut auf, wegen dem, nein, war das letzte, glaube ich. Es gibt nicht mehr F-Tiger. Ich, soll ich nehmen? Nee, die ist jetzt dumm. Ich bin halt gleich tot, ja. Ich werde an der Sonne jetzt sterben. Ja. Ja, die gieten die. Aber eine krasse Runde, Digga. Es hat zwar komisch geleckt, Digga. Ich musste halt mich hochimpulsen, das war unsere letzte Chance. Wir hätten es an der Sonne nicht überlebt gegen die. Ja, wir hätten vorher hochpushen sollen. Also, weißt du, ich mache jetzt 3, 2, 1. Und dann ist quasi loslassen. Nach der 1. Okay. 3, 2, 1. Was hast du gemacht, Digga? Ich, es hat geleckt, in dem Moment. Oh, Leute. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Auch wenn wir jetzt hier feiern, Platz 2 war eigentlich krass. Wir haben gut gespielt, die Runde war da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an Zusehen, trotz, dass es ein bisschen chaotisch war, jetzt die erste Runde. Aber, Leute, das soll es gewesen sein. Schaut bei Jannik vorbei, schaut bei mir vorbei, wenn ihr bei Jannik schaut. Und, ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Ciao. Ciao. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.